Hallo, ich zeige euch heute die 10 Mark Lübeck von 1906 in Gold aus dem Kaiserreich. Die vorderseite zeigt das Wappen der Stadt Lübeck. Das ist jetzt die Rückseite mit den Adlern, also 6 auf der rechten Seite, der Jahrgang. Jetzt zeige ich euch noch den Rand, der Rand ist halt nur mit Arabasken, also ohne Randschrift. So, das ist der 10 Mark Lübeck gewesen, Jäger 228 in Gold. Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.